Halt die Deadline ein, so ist fein Hol die Ellenbogen raus, burn dich aus Das macht das Sprunggelband nochmal rüber, bitte Aha Das könnte funktionieren Jetzt mal ein bisschen weiter rüber Noch ein bisschen weiter rüber Oh Noch ein bisschen Rüber Das kommt gerade nicht raus Unten Aha Öde Ne, da fehlt ein Stück Genau, zurück Probier's einfach mal Lol Ah, ich versteh' Kommt gerade eine Ladung Sprunggel Ja, was mach ich damit? Ich lass es abstimmen Wenn um sich das abstimmen zu lassen Let's go Let's go Hey Ohne, das war's Ohne, das war's Ohne, da Ach doch, hier muss ich gleich sagen Falsch Ja 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 Nein Wenn man mal beschleuniger Geld braucht Kriegbarkeit Was weiß ich, jetzt hätt' ich gern welches Jetzt hast du welches Steuer rumdrücken Darf ich jetzt rüberkommen? Ne, ich bleib stehen Ich esse jetzt nämlich mein Yes-Torties Jeder Ist weiter Und denkt daran, dass es ein X-Rallon Chili-Cheeses Achso Hm, na, 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 na Na, 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 na So, top Kann ich hier nämlich den Button drücken Wer hat da unten das Loch aufgemacht? Ohne, ohne Brücke Mach mal dein Ding aus, dein Strahl Das ist so, wie zu mir Also nicht das ganze Gedöns Wieder zurücksprick Ah, ah Aber du kommst jetzt trotzdem weiter Ja, lol Ja, lol Und du? Ja, ich weiß nicht Ich versuche hier hoch zu springen Reicht aber nicht Ja Aber man könnte Ne, man kann keinen Sprunggel von da holen Reicht nicht, gell? Oh! Aua! Hallo, ich will raus! Hm Da! Ich bin verwirrt Ich bleib jetzt hier sitzen So Ah, man Ich hasse solche Teile Du bist ein Arschloch Du blöde kleine Drecksau Jetzt geht er weg Das war ich so gut Ja, hallo Na, sieh Hallo Das ist auch endlich da Wenn schon ins Genusieren So Hallo Geben Ich mach auch so bis ab So, danke Leute, bis zum nächsten Mal Tschö 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 Vielen Dank.